So, liebe Eltern, ich habe auch mal eine Überraschung für euch. Auch eure großen Jungs können ordentlich arbeiten. So zum Beispiel auch hier in der Küche beim Spülen. Oh nein, jetzt muss ich auch noch das machen. Zu Hause weg, ich bin nicht hier drauf. Ich arbeite immer auch an. Alter, komm, komm, komm. Ach trocken. Ja, klar. Was ist das andere Tumpe getan? Das ist das Ding. Der ist natürlich auf dem Weg. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding.